Tja, dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Da waren wir schon, dann gehen wir mal dahinter. Ne? Jetzt. So, was haben wir denn hier? Da könnte ich bestimmt irgendwas nehmen. Da hin? Ah ja. Sie betreibt den Salatstand. Warum wirken hier eigentlich alle außer Vasco so unglücklich? Naja, irgendwie ist das hier relativ triezt. Kann ich etwas von diesem Olivenöl bekommen? Ach, so ein Kunde bist du. Nichts kaufen, aber umsonst Salatwässing abgreifen wollen. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob ich etwas von diesem Öl haben kann. Bedien dich. Tu einfach so, als wärst du ein ganz besonders toller Hecht. Dann kriegst du alles gratis. Ich nehme nur das hier. Was ist das? Oliven? Olivenöl. Wenn ich schlechten Kundenservice will, würde ich Pizza ausliefern. Und zwar an mich selbst. Kaffee, Kaffee. Oh, ich könnte Kaffee sehr gut gebrauchen. Ich hätte gerne einen Kaffee. Tut mir leid, wir haben geschlossen. Nur Mitarbeiter werden um diese Zeit bedient. Ich bin ein Mitarbeiter. Ach ja? Wo ist deine Marke? In meinem Maskottchenkostüm. Ich hole es schnell. Ich hätte gerne einen Kaffee. Tut mir leid, wir haben geschlossen. Nur Mitarbeiter werden um diese Zeit bedient. Ich bin ein Mitarbeiter. Ach ja? Wo ist deine Marke? In meinem Maskottchenkostüm. Ich hole es schnell. Also mal ein bisschen schade, wenn... ...zwei Aktionen den gleichen Text... ...irgendwie hervorbringen. Das ist ein Barista. Er serviert Kaffee. Ein Barista? Das ist schön. Wer bist du? Ein Mentalist. Ich habe schon echte gesehen. Und ich hasse solche Scharlatane. Ein Mentalist. Na dann, mentalisier mich mal. Auf dem Zelt steht, dass du ein Mentalist bist. Kannst du erraten, an welche Zahl ich gerade denke? Ich bin der große Andrew. Ich zeige keine billigen Zirkustricks. Und was zeigst du dann? Sieh her und staune. Du wirst müde. Sehr, sehr müde. Erzähl mir was Neues. Es war eine harte Nacht und ich... Wenn du das Wort Geburtshelfer hörst, wirst du etwas aus einem sehr bekannten Franchise. Geburtshelfer. Geburtshelfer. Mein Name ist Guy Br... Geburtshelfer. Geburtshelfer. Ich will nicht, dass Mr. Cabera wegen mir verklagt wird. Was zur Hölle war das? War ich... Hast du... Ja. Für einen Moment konntest du spüren, wie es sich anfühlt, in einem großartigen Spiel zu sein. Willkommen zurück in der drögen Realität. Ich bin beeindruckt. Deine Fähigkeiten werde ich bestimmt mal brauchen können. Ich weiß nur noch nicht wozu. Kannst du bestimmt zu wem ich werde? Natürlich! Wer möchtest du sein? Ich weiß noch nicht, was es uns bringen wird. Lassen wir das mal frei. Weil ich... Keine Optionen war jetzt irgendwie interessant für das, was wir bisher kennengelernt haben. Deswegen... Was haben wir noch? Gewalt ist keine Lösung, Mann. Ja, okay. Ne, lassen wir den mal aus. Ich hab da irgendwie noch so ein Gefühl, dass sich dann noch was entwickelt. Bei diesem Spiel muss man raten, wie viele Jellybeans sich in dem Glas befinden. Es mag etwas weit hergeholt sein, aber... Haben sie sich vielleicht in dem Labyrinth verirrt und leben jetzt hier? Und der Text passt manchmal nicht zu dem Gesprochenen. Aber egal. Teste deine mentale Stärke. Beweise allen, was du tief in dir schon immer wusstest. Nämlich, dass du der Klügste im Raum bist. Darf ich's mal versuchen? Natürlich, junger Mann! Also, wie viele Jellybeans passen in dieses Glas? Äh, 251.521. Nein! Für die klügste Person im Raum bist du ziemlich da. Danke dafür. Was haben wir denn noch? Okay. Schauen wir uns den Kerl da drüben an. Ich werde mir das nicht ansehen. Was bedeutet denn die Figur hier unten hin? Kann ich da irgendwas? Nö. Bleiben wir mal bei dem. Tja, schöner Tag, was? Verzieh dich. Ach, komm. Ich suche doch nur neue Freunde. Gib mir die Hand. Du willst also mein Freund sein, hm? Ich sag dir was. Du tust mir einen Gefallen und dann sind wir Freunde. Was für einen Gefallen? Ich hatte einen schlechten Tag, einen schlechten Monat. Eigentlich sogar ein schlechtes Leben, verstehst du? Mein Hals ist entzündet und ständig schieb ich Überstunden. Meine Freundin ist unzufrieden und langsam reicht es ihr, verstehst du? Klar verstehe ich. Du willst das alte Feuer wieder entfachen. Wenn du mir ein Geschenk für meine Freundin bringst, gebe ich dir meine Marke. Sie hat viele Vorteile. Gratis-Kaffee zum Beispiel. Es muss schön sein, aber auch was Persönliches. Dann hält meine Beziehung mindestens noch einen Monat. Alles klar. Hm, haben wir was dabei? Oh, ein Ring. Frauen stehen auf Ringe. Würde das deiner Freundin gefallen? Ich mag den Messingring. Der bringt angeblich Glück. Das ist nichts Persönliches. Das ist irgendwie nicht schön. Ich bring dir etwas Besseres. Hm. Oh, Silberkette. Komm schon. Würde das deiner Freundin gefallen? Das ist ganz klar eine Fälschung. Das ist nichts Persönliches. Ich bring dir etwas Besseres. Die Karte für die Mitarbeiterpostkarte. Würde das deiner Freundin gefallen? Das ist was ziemlich Persönliches. Das ist irgendwie nicht schön. Ich bring dir etwas Besseres. Okay. Oh, Olivenöl. Das kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen. Geht das nicht? Das kann ich nicht gebrauchen. Nee, okay. Kette mit Ring. Der Anhänger könnte noch etwas Dekoratives in der Mitte vertragen. Äh, an... Ah. Oh. Okay. Warte mal. Würde das deiner Freundin gefallen? Ich mag den Messingring. Der bringt angeblich Glück. Irgendwie niedlich. Das ist nichts Persönliches. Ich bring dir etwas Besseres. Und jetzt, wo er gesagt hat, das ist was Persönliches? Jetzt habe ich eine wunderbare Halskette mit einem wunderbaren Anhänger. Und? Ah. Ja, so ganz klar ist das immer nicht, ne? Würde das deiner Freundin gefallen? Ich mag den Messingring. Der bringt angeblich Glück. Das ist was ziemlich Persönliches. Irgendwie niedlich. Ja, das ist cool. Jetzt haben wir alles drei beieinander. Sie hat ja... Danke, Kumpel. Du hast mir das Leben gerettet. Schau dich ruhig auch im Museum um. Das ist dann unser kleines Geheimnis, verstehst du? Danke. Der hat ja zu jedem immer gesagt, dass es interessant ist oder irgendwas Persönliches. Aber alles alleine hat ihm nicht gefallen. Tja. So. Was gibt es denn hier alles? Okay. Was ist das hier? Ja, was haben wir denn hier alles? Keeper of the Crypt. Planet der Affen. C3PO links unten. Sehr geil. Michael Myers hat immer sehr viele Hommagen an irgendwelche Filme. Ziemlich geil. Ease ist mit dabei. Cool. Naja, das ist schon ziemlich geil gemacht. Also die Zeichnungen machen hier echt Spaß. So, was haben wir hier alles? Ich kann raus und ich kann mich hier was angucken. Kupferdraht gehört zu den geläufigsten Stromleitern. Du bist ja klug. Also du bist echt klug. Nehme ich doch mal mit. So. Was ist das hier? Schraubstock. Es ist nur logisch, sowas in einer Werkstatt zu finden. Kann ich noch irgendwas anderes? Irgendeine der Figuren vielleicht? Das wäre so cool, mich die irgendwie dazu bekommen, irgendwas zu tun. Neh, da ist nichts mehr. Schade. Dann raus ist das hier schon wieder. Mehr ist hier nicht. Okay. Wo komme ich jetzt noch hin? Ah, hier unten. Kann ich hier noch irgendwas angucken? Neh. Ähm, der... Ach, wie heißen sie denn? Ziegen, Beine, Menschen, Oberkörper. Wenn man mal das Wort sucht, fällt es nämlich ein. Links haben wir Ariel. Sehr geil. Hier, ähm, mit dem Schrank und dem Ganzen, den drei Geschwistern. Narnia, jetzt hat. Da gibt es doch auch den einen hier. Egal. Ziemlich viel Homagen. Hier, ah, geil. Ah, herrlich. Was haben wir hier alles? Also ich sehe, ich sehe hier nur... Ah, es gibt hier nichts. Hier rechts Hellboy, ne? Kennt ihr auch. Was ist denn du für eine? Okay, der Kollege hier. Ein Kompass. Sowas braucht jeder echte Abenteurer. Äh, ja, würde ich gerne nehmen. Moment, so. Okay. Was haben wir noch? Das war's, oder wie? Ja, kann ich sonst nichts machen? Kann ich was neu kombinieren? Nicht, kein zusätzlichen Strom. Ja, dann. Naja, das kann man schon genießen, ne? Das ist schon ziemlich cool gemacht alles. Falls ihr noch irgendwelche Figuren erkannt habt, oder so. Äh, vor allem auch, was der, äh, Hulk-Verschnitt hier soll. Die Ratten sind doch irgendwie aus Chihiro oder irgendwie sowas, oder? Also falls ihr ein paar Sachen denkt zu erkennen oder irgendwelche Hommagen an irgendwelche Filme entdeckt, schreibt es mir in die Kommentare. Mich würde es interessieren, was ich jetzt gerade alles verpasst habe. So, ähm, wir haben einen Mitarbeiterausweis. Dann holen wir uns doch mal einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich bin Mitarbeiter. Nur Mitarbeiter werden um diese Zeit bedient. Ich bin ein Mitarbeiter. Ach ja? Wo ist deine Marke? Äh, in meinem Maskottchenkostüm. Ich hole es schnell. Ach so, ich muss ihm zeigen. Ich hätte gern einen Kaffee. Äh, mit Barista. Nur Mitarbeiter werden um diese Zeit bedient. Ich bin ein Mitarbeiter. Ach ja? Hä? Wo ist deine Marke? In Ordnung. Hier ist dein Kaffee, Jorge. Danke. Ich brauche diese Marke nicht mehr. Jorge? Ja, nee, wie ich... Nicht, oder? Oh, schade. Das kann ich nicht gebrauchen. Mal ein bisschen zusammen kombinieren. Das kann ich nicht gebrauchen. Vielleicht kann ich ja jetzt schon irgendwas vorbereiten. Nö, okay. Das kann ich nicht gebrauchen. Macht zwar alles keinen Sinn, aber ich probiere es einfach. Manchmal hat es ja Sinn. Nee, bringt nichts. Ja, dann. Ich glaube, den Kaffee brauchen wir ja für die Hexe, wenn ich mich erinnere. Mein Hirn raucht bei solchen Spielen immer so ein bisschen. Also wenn es irgendwann mal bei euch aus dem Monitor zu qualmen anfängt, wisst du Bescheid. Hallo, Hexe, Kaffee, Kaffee. Hier ist der Kaffee. Bist du eine dieser Hexen, die aus dem Kaffeesatz lesen? Nein, du Mäuchen. Der Kaffee ist für mich. Es war ein langer Tag. Du wirst zu alt für diesen Job. Sei still, du blöde Maschine. Also dann, abgemacht ist abgemacht. Ich sage dir jetzt die Zukunft voraus und erkläre dir, wie man das Lobinend austrickst. Die Vorhersage brauche ich eigentlich gar nicht. Ich... Geister, ich befehle es, dass ihr diesen Sterblichen öffnet wie ein Buch, auf das ich zwischen seinen Zeilen lesen kann. Das klingt ein bisschen unanständig. Geister, ich befehle es, dass das, was ihr einmal geöffnet, jetzt verschlossen bleibt. Du bist schrecklich belanglos. An dir ist absolut nichts Besonderes. Bist du sicher? Ich arbeite nämlich für einen Wehrwolf-Detektiv, der die Grenze zwischen der okkulten Welt und der Menschenwelt festlegt. Ich habe erst vor wenigen Stunden die Welt der Toten besucht. Mein Körper wurde mir von einem bösen Geist gestohlen und ich wurde zweimal von einem Hund belästigt. Ich habe viel zu viele fettige Sachen angefasst und einen unsichtbaren Mann bei seinem eigenen Spiel besiegt. Und ich ermittle gegen drei Männer, die von demselben Geist heimgesucht werden, der möglicherweise meinen Boss entführt hat. Vielleicht war es auch ein Zigeunerfluch. Aber ständig erzählt mir jeder, dass es überhaupt keine Zigeunerflüche gibt. Und wenn du die Bücher liest, wirst du feststellen, dass ich die Welt gerettet habe. Zweimal! Ich weiß nur, was die Geister mir sagen. Dein Leben war, ist und wird immer belanglos bleiben. Das ist schade, denn ich hätte dir einen Zauber gegeben, falls du Hilfe gebraucht hättest. Das kann nicht stimmen. Okay, reden wir über die Karte des Labyrinths. Es gibt keine Karte. Du musst dir einen Zauberkompass bauen. Du brauchst einen Glücksgegenstand, um die Richtungen einzustellen. Alles mit eingravierten Symbolen müsste funktionieren. Du brauchst etwas, das Richtungen anzeigt. Ein Kreisel oder etwas mit einem Pfeil reicht aus. Jetzt bin ich zwar noch verwirrter, aber trotzdem danke. Ja, okay. Alles klar. Mein Leben ist zu langweilig. Wir haben hier doch jemanden. André oder Andru heißt du, glaube ich, ne? Also... Mach mich mal zu etwas Interessantem. Kannst du bestimmt zu wem ich werde? Natürlich! Wer möchtest du sein? Ich will der Typ in dem Kostüm werden. Du wirst müde, sehr, sehr müde. Erzähl mir was Neues. Es war eine harte Nacht und ich... Wenn du das Wort Geburtshelfer hörst, wirst du dieser Typ. Geburtshelfer. Ich wache nachts manchmal schweißgewadet auf. Aus Angst, meine... Meine Nippel könnten zu klein sein. Genug jetzt. Geburtshelfer. Das ist mehr, als ich wissen musste. Danke. Komm wieder, wenn du meine Kräfte auf die Probe stellen und jemand anders werden möchtest. Also... Der hatte doch noch so eine andere Option. Kannst du das Auslösewort ändern? Auslösewort ändern. Wie soll das neue Wort lauten? Geister. Ich befehle es. Wir mögen es dramatisch, was? Das hat die Hexe vorher gesagt, ne? Mute, sehr, sehr müde. Erzähl mir was Neues. Es war eine harte Nacht und ich... Wenn du die Worte Geister, ich befehle es hörst, wirst du dieser Typ. Geister, ich befehle es. Ich wache nachts, manchmal schweißgebadet auf. Aus Angst, meine... Meine Nippel könnten zu klein sein. Genug jetzt. Geister, ich befehle es. Das ist mehr, als ich wissen musste. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020